Herzlich Willkommen zum Prospekte Angebote de Kanal. Vergessen Sie nicht das Video zu mögen und den Kanal zu abonnieren. Schweinenacken 5,49 Euro. Iglo Fischstäbchen 2,77 Euro. Rittersport Bunte Vielfalt 88 Cent. Zottsahne Joghurt 44 Cent. Kuschelweich 14,99 Euro. Adidas Herren Trainingshose 24,99 Euro. Avocado 1,11 Euro. Pflaumendunkel 1,99 Euro. Chiquita Ananas 1,59 Euro. Orangen 2,79 Euro. Brokkoli 1,49 Euro. Marronen-Esskastanien 99 Cent. Eisbergsalat 99 Cent. Rosenkohl 1,29 Euro. Blumenkohl 1,49 Euro. Bio-Süßrahmbutter 1,99 Euro. 500 Gramm Bio-Birnen 1,99 Euro. 200 Gramm Champignon 1,49 Euro. Bio-Sonnenblumenöl 1,39 Euro. Bio-Mozarella 79 Cent. Bio-Rinderhackfleisch 3,99 Euro. Bio-Salami 1,59 Euro. Bio-Honig 2,29 Euro. Puten-Krustenbraten 89 Cent. Rinderfilet 2,99 Euro. Hähnchen 4,79 Euro. Möhren 88 Cent. Bio-Vitalbrot 1,79 Euro. Pfefferbeißer 1,29 Euro. Wiener Würstchen 99 Cent. Krustenschinken 1,49 Euro. Bayerisches Leberkäsbrät 3,99 Euro. Rindersuppenfleisch 7,99 Euro. Rindersaftbraten 99 Cent. Kohl oder Wirsing-Roulade 89 Cent. Hähnchenunterkeule oder Flügel 5,99 Euro. Halbes Schwein 3,79 Euro. Schweinekopf 2,49 Euro. Schweineschulter 4,49 Euro. Schweinezunge 4,99 Euro. Laba oder Blutwurst 99 Cent. Presssack 79 Cent. Pfälzer Leberknödel 79 Cent. Schweinespeck 99 Cent. Saure Lunge mit Herz 2,49 Euro. Frischkäse 1,29 Euro. Peinus Hirtenkäse 6,49 Euro. Nadler-Sahne-Heringsfilet 1,99 Euro. Emmentaler 1,79 Euro. Joghurt nach Griechischer 88 Cent. Dr. Oetker-Grütze oder Sahne-Pudding 1,99 Euro. Kinderschokoladen oder Joghurette-Stiel-Eis 2,99 Euro. Alba-Bourbon-Vanilleschote 1,99 Euro. Backfee-Kakao 1,59 Euro. Dr. Oetker-Taste of Christmas 1,79 Euro. Maintal-Hagebutten-Konfitüre 1,69 Euro. Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat und ihr uns auch in Zukunft unterstützt. Um nichts zu verpassen, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr es mit einem Daumen nach oben markiert und mit euren Freunden teilt. Auf diese Weise können wir noch mehr Menschen erreichen und unsere Community vergrößern. Wir freuen uns auch immer über eure Kommentare und Feedback. Lasst uns gerne wissen, was euch gefällt und was wir noch verbessern können. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.